Das Kohärenzprinzip Verwenden Sie nur notwendige Gestaltungselemente Die Aufmerksamkeit der Lernenden zu binden, ist manchmal eine Herausforderung. Vielleicht haben Sie selbst schon einmal versucht, diese Herausforderung zu bewältigen, indem Sie abstraktes Lernmaterial mit motivierenden Bildern, ermutigenden Texten oder ansprechender Hintergrundmusik versehen haben. Selbst wenn dieser Versuch erfolgreich gewesen sein sollte, hätte er allerdings das Problem mit sich gebracht, die kognitiven Anforderungen der Informationsverarbeitung übermäßig zu erhöhen und das Lernen zu beeinträchtigen, und zwar aus folgendem Grund. Zusätzliche visuelle oder auditive Informationen, die nicht verstehensförderlich und entbehrlich für die Informationsaufnahme sind, erscheinen nicht automatisch als überflüssig, sondern müssen als unwichtig erkannt werden. Dafür müssen diese Informationen das Arbeitsgedächtnis passieren, indem sie mindestens kurzzeitig wertvolle Kapazitäten belegen, die dann nicht dem Lernen der eigentlichen Informationen dienen können. Eine vermeidbare extrinsische kognitive Belastung entsteht. Kognitiv entlastender ist es dagegen, dem Kohärenzprinzip zu folgen und unnötige Informationen aus dem Lernmaterial herauszufiltern. Verzichten Sie also bei der Gestaltung Ihrer Lernmaterialien auf Entbehrliches und verwenden Sie nur notwendige Bilder, Texte und Töne. Wenn Sie aber dennoch eine Unterstützung der Informationsverarbeitung des Materials anbieten möchten, nutzen Sie eher gezielte textbezogene Hilfen, zum Beispiel über Prüfungsfragen samt Lösungsbeispielen oder bildbezogene Zuweisungsaufgaben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017